Mein Mann, alles klar. Schön, echt. Ich sehe richtig viele Freunde von mir, von früher noch, Alter. Sehr schönes Gefühl. Wie gesagt, einmal noch, bevor wir gleich weitermachen, das ist eine herzliche Sache. Ich danke wirklich jedem von euch, der heute hier gekommen ist, um mit uns Party zu machen, der uns unterstützt, der die Alpen kauft, T-Shirts kauft und so weiter, Alter. Ihr seid der Grund, warum ich noch weiter Musik mache. Dankeschön, Alter. Vielen Dank für mich, ey. Okay, genug geschleimt. So ready? Ich würde so ein kleines Gitarrensorgen jetzt ganz gerne. Warte, warte. Okay, nein, warte, du musst irgendwas machen. Ich muss noch fragen. Bochum, Ruhrpott, wie auch immer. Wer von euch kennt Talion? Okay, ich frage jetzt nochmal. Wer von euch kennt Talion? Korrekt, Alter. Macht Ballett für Fahrt. Macht Ballett für Talion. Korrekt. Ich habe einen Partner von mitgebracht, der gefällt mir sehr gut, ein Ponschlein-Dinger, Alter. Und danach gebe ich euch noch eine Situation. Ich freue mich, wenn Arsch hat. Ich freue mich, wenn es noch ein Arsch hat da. Und da freut das Ding. Durchschnitt, ihr wisst Bescheid. Durchschnitt. Ich will den ganzen Laden springen sehen, okay? Komm schon, komm schon, komm schon. Spring hoch, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Aha. Okay, eins, zwei, drei Mal, da weiß ich nicht. Wie nachwenden und deine Message ist scheiße auf dich. Warum das kompliziert machen? Warum nicht mehr per Fan-Klack-Stift und Richter auch verwirrt machen? Kenn ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, frag mich nicht. Dein Partner, du frag mich, frag mich nicht. Grob, wo und viele Fünf, wie ist denn in den Westen? Hier gibt's kein E-Bi-Ala, hier gibt's in die Fresse. Schwenker und der beste Rapper, sie derselbe Mann. Ich muss mal nachschauen, aber gib mal schnell mit der selben Hand. Ich guck mal schnell, frag mich, warum seid die Autos hier? Warum sitz ich nicht zu Hause ohne Autos bielen? Und du schlappst an die Wand, wenn ich guck. Wenn ich klatsch, die Spaß zu gucken, geht's Schrappler. So, frag nach, ich bin der Mann in der Runde. Wenn ich mir mit dem Hammer auf die Erde klapp, dann geht der Hammer kaputt. Das riecht es. Stakes ist ne alte Romantik-Sau. Schnappen wollen mein Schweiß, die Falt, die Gefranzen kauen. Jetzt wird deine Mann hier gepumst. Sex für den Hotel Champagner fürs Leben. Sex für den Hotel Champagner fürs Leben. Nicht keine Hände an den Arm, denn ich sag, hab ich raus in der Größe von Wohnort. Stein in der Kette, in der Größe von Hohkott. Ich bin mein eigener Schiff, in meinem eigenen Schiff. Du bist die einzige Frucht in deinem eigenen Postboden. Und soll der Haarspiel nutzt, mit deinem Kramotten würde ich mir nicht mal den Arsch abholen. Ich sag, bitte, geh und frag deinen Vater auch an, ihr war's Wunsch mit dran. Sag zu ihm, Vater, bitte guck dir diese Rumpen an. Du kommst nicht mal bei der Gruppe sein. Selbst deine Mutter guckt die Schuhe noch in die Dunkel ran. Und deine Jungs fangen zu Unkel ran. Denn ich geb sie regelmäßig so von in. Das ist nur zwei Wochen nur ein Pickern. Und nein, ich weiß nicht, was du mein Gramm hast. Das Sporttalk ist jetzt bei mir. Ich hab dich gar nicht. Ändern das. Ich bin draußen wie Kettenplatz. Sagst du, dass du ein Jahr brauchst, bist du's wieder raus aus dem Päppertschatz. Ich hab Platz in die Zukunft, ich bin so unklar, Puff. Wenn wir ficken, ist gefährlich, lieber durch Verlust. Oh, 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 oh. Ich geh in die Hose, geh. Ich geh im Arsch, geh rein, weil wir auf die Hose stecken. Guck, das Fleisch an, das einmal alt. Wenn du Geld machst, mir geht er auf einmal teils. Und wenn du dich aufpasst, hast du auf einmal teils. Wenn du dein Scheißgeld bist, dann auf einmal meins. Ich mach Wellen, als hätt ich an den 11.6 mal. Scarfaction, yeah, say hello und so, der wird geil. Komm mit drei Jungs und ich geb mir den Kruzfahrer. Das drückt Kreis vor uns, wie die Kinder mit einem zu kurzen Ball. Wie ihr Arsch? Der Pod is back. Alle. Der Pod is back. Lauter. Der Pod is back. Lauter. Der Pod is back. Eee.